so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es ein brecher und zwar die great strobe von bonfireworks ja von rubro eine untermarke zum aktuellen zeitpunkt muss ich jetzt sagen ich habe schon die die crackling batterie davon gezündet ich komme jetzt leider nicht auf den name die war deftig und die war wirklich deftig und dann kann die great strobe meines erachtens nach eigentlich nur geiler werden wir haben hier wirklich 500 gramm nem das war immer ein bisschen komisch geschrieben genau das war nur hier unten 500 gramm und wir haben eine fette blinker wie der name das schon sagt ultra krass ich bin jetzt richtig gespannt weil in letzter zeit sind blinker bei mir irgendwie hoch angesehen und ja jetzt gehen wir raus und die great strobe von bonfireworks so während mein sklabel schön einbaut jetzt die great strobe nichts für epileptiker nicht so nah das ist hell so wir machen jetzt die artikel so an ich mach dich alle hier great strobe von bonfire die artikel so hau 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 hat hau 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 Alter! Alter! Alter, aber wirklich! Richtig geil!